und dann herzliches willkommen zurück zum einen kampf hier bei pokémon technics auf nintendo switch mit mir von der youtube let's play sazobi und unserem neuen gegner namens japan logo b2 ok ist ja klar wir haben jetzt wieder ein paar siege eingefangen da muss jetzt wird es jetzt mal wieder zeit für etwas stärkeres schauen wir mal logo ist verdammt schnell ich bin verdammt langsam da wäre es mir jetzt mit youtube lieber jejejeje wird noch zu hoch hier Ah, so ein Mist hier. Neuf. es war aber knapp hier sechs kaffee hat er noch hat sie noch ich greife zu viel an ich glaube ich hätte auch mal greifen sollen in grad im nachhinein weiß man sowas immer besser aber die geben ich auch und ja lasst mir ruft ja so ein schick weil ja 1 1 würde ich sagen oder das ist ganz was mein herz schlägt adrenalin wieder in den adern ja 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 es gibt vorwärts und dann sehen wir uns auch wieder hier beim nächsten kampf bei pokémon technics auf nintendo switch mit mir von let's play ist das hobby und twitter danke auf jeden fall ist dann viel spaß auf meinem kanal und tschüss